Musik Das ist tatsächlich der größte Blitz, den wir bisher so in der IG Metall gemacht haben. Musik Wir haben hier weit über 220 Teilnehmer, 100 Ehrenamtliche, die wir über ein halbes Jahr hinweg qualifiziert haben. Wir haben die Erschließungsbeauftragten im Bezirk, das ganze GAP-Team, die ganze Geschäftsstelle Mannheim. Wir werden 5000 Menschen sprechen. Das ist ein großer Schritt nach vorne und wird einen kräftigen Impuls setzen in die Organisation und auch hier in die Geschäftsstelle Mannheim. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir stehen vor großen Herausforderungen. In den Betrieben begegnen uns extrem vielen Themen. Als Beispiel Stellenabbau, Digitalisierung, Tarifbindung. Wie machen wir das? Wir befragen die Menschen in jedem Betrieb. Entwickeln mit ihnen zusammen Pläne. Gehen diese Pläne zusammen mit ihnen durch, bis wir ihre Themen gelöst haben und sie durchsetzen. Das waren drei tolle Tage. Wir haben Menschen beteiligt. Wir sind in die Betriebe und wir haben als IG Metall die Menschen gefragt, wo ihnen der Schuh drückt. Und all das, was wir an positiven Resonanzen und Feedback bekommen haben, ist Auftrag des weiteren Handelns, gemeinsam mit den Menschen sie zu beteiligen und gemeinsam mit ihnen Dinge durchzusetzen. Ich freue mich daraus.